Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Erste Modern Warfare 3 Beta, Freitag angelaufen, Freitag sofort getestet. Wenig Erwartung gehabt, wirklich wenig Erwartung. Wir haben ja in den letzten Wochen schon die ein oder andere Info bekommen, wie es aussehen soll. Man konnte ein bisschen was mit Zombies und Warzone und Multiplayer beim COD Next Event sehen. Das COD Next Event fand ich übrigens besser als letztes Jahr. Könnte auch daran liegen, dass dieses Jahr diese komische Nadja nicht dabei war, die irgendwie da offensichtlich am Cheaten ist, denn sobald sie irgendwo öffentlich spielen soll, spielt sie wie eine Dreijährige. Aber die macht jetzt ja auch besonderen Badewann-Content. Sie tut so, als wenn sie in Badewannen reinscheißt. Also ja, lassen wir das sein. Ich habe mich sehr gefreut, das COD Next Event noch am Ende sehen zu können und habe mich sehr gefreut, jetzt die Beta anspielen zu können. Und mein offenes, ehrliches Fazit, mir gefällt es. Ja, wirklich, mir gefällt es. Und mit, ja, ich finde es gut oder ich finde es schlecht, können leider viele, die zuschauen, immer sehr, sehr wenig anfangen. Und ich könnte jetzt hier irgendwie künstlich mich über irgendwelche Sachen aufregen oder künstlich irgendwas in den Himmel loben, was eigentlich normal sein sollte. Lasst uns versuchen, dieses Review heute so detailliert und klar wie möglich zu machen, so dass jeder, der vielleicht für sich noch nicht weiß, ob er es kaufen möchte, ob er es nicht kaufen möchte, für sich eine bessere Einschätzung machen kann. Heute sollte meiner Meinung nach auch die Beta für alle Playstation-Nutzer starten, selbst die, die es noch nicht vorbestellt haben. Und ich glaube, dann Mitte der Woche fängt es an mit alle Vorbesteller PC und Xbox dazu und dann das letzte Wochenende, also nächste Woche, kommen dann alle nochmal zwei Tage. Was, was halte ich von dem Game? Generell, ich hatte Spaß. Wir haben in der Beta am Freitag live auf Twitch, könnt ihr heute Abend auch gerne wieder zugucken, knapp sieben Stunden gespielt und die ersten Sachen, die mir halt sofort aufgefallen sind, die wahrscheinlich jedem von euch auffallen, der es sieht oder spielt, es ist schneller als MW2, es fühlt sich deutlich, deutlich besser an, sich zu bewegen, es fühlt sich deutlich besser an in Gunfights, es fühlt sich insgesamt wie ein Call of Duty an. Und Modern Warfare 2, meine ehrliche Meinung, ist kein Call of Duty, sondern ein Mil-Sim für alte Männer und neue Leute zur Franchise, aber hat mit einem richtigen Call of Duty nichts zu tun. Infinity Ward hat mit MW2 etwas kreiert, was ich so abscheulich finde, dass ich ehrlich sagen muss, es ist das schlechteste Game, was ich jemals gespielt habe. Nicht nur Call of Duty, sondern MW2 hat einfach vom ersten Tag an überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Nichts an diesem Game ist gut. Die Gameplay-Entscheidungen, die Gameplay-Mechaniken, nichts an dem Game ist gut. Modern Warfare 3 macht im Prinzip das, was ich und viele von euch für MW2 erwartet haben. Ein realistisch angehauchtes, etwas farbenfroheres Game, was basierend auf MW2 ist. Man sieht das auch, das Menü sieht ein bisschen ähnlich aus, die Waffen sehen ähnlich aus, die man so hat. Man sieht, es ist nicht etwas komplett Neues, Kreatives, noch nie da gewesenes. Es ist aber fast alles, was man in MW2 angefangen hat, hat man als Sledgehammer Games in MW3 umgedreht und besser gemacht. Wir haben 150 Leben und diese 150 Leben merkt man unglaublich. Es gibt wieder richtige Gunfights. Ich weiß nicht, wie viele Gegner ich jetzt in der Beta am Freitag gehabt habe, die mit Level 2, 3 in der Ecke gesessen haben. Das ist ja mittlerweile der Gameplay-Style von vielen Leuten, die mich halt gehört haben, weil Totenstille ist ein Perk. Danke, Sledgehammer. Können wir aber erst ab dem zweiten Wochenende spielen, dann im zweiten Wochenende geht das Level-Cap auf 30. Und ich glaube, ab Level 27 habe ich diese Boots gesehen, die euch durchgängig leise Schritte geben. Herrgott, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, wirklich, für jemanden wie mich, der eher aggressiv spielt, ist das unfassbar gut, sowas zu haben. Auf jeden Fall, Leute, campen euch weg und in MW2 wart ihr in der Sekunde tot. Da war nichts mehr für euch zu machen, weil es war Two Shots, ihr seid tot, 100 Leben, Time to Kill in MW2 war absurd niedrig. Für die ganzen Camper, Detlefs natürlich großartig, für richtige Spieler nicht so großartig. MW3 macht das viel, viel besser. 150 Leben fühlt sich richtig gut an. Es gibt richtige Gun-Fights, die auch mal eineinhalb Sekunden gehen und in der Regel gewinnt der, der wirklich mal einen Headshot trifft, was ja belohnt werden soll. Oder wer einfach besseres Aim am Ende hat. Bin ich sehr, sehr froh, fühlt sich sehr, sehr gut an. Das Movement generell, es fühlt sich gut an, es fühlt sich flüssig an. Es gibt Slide-Canceln, aber es ist eben nicht so wie zu Rebirth-Island-Zeiten, was übrigens zurückkommt, aber dazu ein separates Video. Sondern es ist so eine Mixtur. Das gesamte Gameplay fühlt sich für mich ein bisschen wie eine Mischung aus Vanguard und Cold War an. Und rein Gameplay-technisch, vom Speed her, war Vanguard sehr, sehr gut. Das war halt fast das Einzige, was Vanguard gut gemacht hat. Dazu eben das Leben, die Time-to-Kill von Cold War, wo man eben ein bisschen mehr hatte, ist dann eben das Ergebnis, dass es sich flüssig anfühlt. Es fühlt sich so an, als wenn man länger Spaß dran hätte. Es fühlt sich an wie ein Call of Duty. All diese Aspekte. Die Fußschritte sind nicht zu laut. Das heißt, es war jetzt auch ohne Totenstille noch kein Problem. Eine Minimap, die normal funktioniert. Wenn irgendeiner auf der Karte schießt, wird er auf der Minimap angezeigt, es sei denn, er nutzt einen Schalldämpfer. Die Tatsache, dass ich mich darüber freue, ist eigentlich schon traurig genug, aber wir haben es halt 16 Jahre gehabt. Und dann kam Infinity Ward und hat mit zwei aufeinanderfolgenden Games sich entschieden, eine Minimap, die braucht man nicht. Warum soll denn jemand gesehen werden, der schießt? Das ist ja doof für den. Nein, nein, nein. Fickt euch, Infinity Ward. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sledgehammer das wieder umgedreht hat und man merkt einfach, der gesamte Gameflow, die gesamte Geschwindigkeit in der Runde ist dadurch viel, viel schneller. Das heißt, auch da großer Fan von. Waffenfeeling finde ich okay. Die Sounds sind so ein bisschen Vanguard-lastig. Das ist mir aber relativ egal, weil mir ist egal, wie die Waffen klingen, ob die nach Plastik klingen oder realistisch. Mir bringt es nichts, wenn die Waffen geil klingen und das gesamte Game absolut langweilig ist, weil ich setze mich da nicht hin und höre 8 Stunden Waffenballern zu, sondern dann spiele ich es halt nicht. Also was das angeht, alles sehr, sehr gut. Was ich noch positiv hervorheben muss, ist ganz klar, die Beta bisher, toi, 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 läuft ohne große Probleme. Ich habe nur einen einzigen Absturz gehabt und dieser eine einzige Absturz war, als wir eine Runde Bodenkrieg probiert haben, nach, ich glaube, 10 Sekunden im Bodenkrieg. Es hat die ganze Zeit gelenkt, aber bei allen sind alle vom Server geflogen. Also Bodenkrieg funktioniert nicht so richtig in der Beta, brauche ich aber auch nicht, ist mir relativ egal. Aber sonst, wenn man gerade mal so mit der Beta von Vanguard vergleicht, das letzte Sledgehammer Games, die Beta war katastrophal. Das Game releaste in einem katastrophalen Zustand. Game insgesamt fühlt sich gut an, fühlt sich an, als wenn es halbwegs ausgearbeitet wäre. Da muss man aber auch sagen, da weiß ich nicht, wie viel Sledgehammer da jetzt dazu kann. Das Game ist jetzt schon seit einem Jahr in der Entwicklung durch MW2. Die haben denselben Quellcode, die haben da nicht viel groß geändert. Die bauten natürlich jetzt auf etwas auf, was schon vorhanden war. Klassen und Aufsätze und so, ich mag dieses Gunsmith-System einfach nicht so sehr. Es ist mir persönlich zu kompliziert, es ist unnötig. Man hat halt einfach 120 Aufsätze, wovon sich nach zwei Wochen rauskristallisiert hat, welche Aufsätze die besten sind. Und dann spielen eh alle die. Da macht es für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt 100 Aufsätze oder 20 habe. Das Einzige, was bei 100 passiert ist, dauert länger, bis ich die ganzen Aufsätze, Visiere und sonst was gefunden habe. Aber das ist eine Kleinigkeit, die stört mir jetzt nicht allzu sehr. Ich finde sie nur unnötig. Was mich wirklich triggert, was mich nervt, was ich wirklich schlecht finde. Bodenlos schlecht ist die Tatsache, dass ich keine Option habe, wenn ich slide, diese Animation auszumachen. Wenn ich slide und dann ins Scope gehe, was man ja so manchmal macht, weil man dann im Sliden jemanden irgendwie abschießen möchte, was ja Gott sei Dank wieder geht. Danke, Sledgehammer. Dann ist es so, dass er mir jedes Mal anzeigt, dass ich dieses Taktik-Ding ändern kann mit Pfeil nach unten bei mir. Es ist immer mitten im Bildschirm. Und ich hasse auch diesen Mechanismus, dass er eben das Visier dreht. Das soll irgendwie ein bisschen realistischer sein. Ich habe noch nie jemanden im Krieg gesehen, der plötzlich 10 Meter geslidet ist und die Waffe dann gedreht hat und dann geschossen hat. Es soll irgendwo ein Button geben, womit man ausschalten kann, dass er einem diesen Hinweis gibt, dass man das umschalten kann. Habe ich noch nicht gefunden, wenn irgendeiner von euch diesen Button irgendwo gefunden hat, bitte schreibt mir das, weil das ist etwas, was mich wirklich die ganze Zeit triggert. Ich slide und er dreht seine Waffe und unten kommt dieser Hinweis, ja, du kannst deine Waffe wieder drehen. Das nervt tierisch, habe ich gar keinen Bock drauf, soll bloß weg, blödes Feature. Bei den Streaks muss man sagen, wir haben jetzt nur ein paar Streaks, das ist auch in Ordnung. Die haben bisher mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Also die höchste Streak aktuell ist dieser komische Juggernaut mit der Haymaker. Den kriegt man mit zwei Magazinen relativ zügig weg. Den finde ich jetzt nicht berauschend, aber ich bin froh, dass wir eine Streak haben, die auf dem Boden ist. Denn die letzten Jahre, wenn ihr mal guckt, haben wir eigentlich nur noch Streaks gehabt, die irgendwie von der Luft auskommen. Und ich persönlich, das ist jetzt sehr persönlich, das muss nicht jeder so fühlen, habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich gerne Streaks hätte, die am Boden irgendwas machen. So wie der Cerberus damals im BO4 oder oder. Da gibt es ja mehr als genug Varianten. Das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber wir haben ja nur ein paar Streaks zur Verfügung. Die generell sind schon okay. Man kann Drohne und Konterdrohne spielen. Ich bin kein Fan davon, dass die Lobbys nach der Runde wieder zerbrechen. Das wird wohl wegen SPMM weiterhin so bleiben. Großer Fan finde ich davon, dass wir Mapvoting haben. Gott sei Dank haben wir etwas wieder, was uns einfach weggenommen wurde, was zu einem guten Game dazugehört. Insgesamt absolut positive Meinung und ich habe ansonsten auch nichts Negatives aktuell. Es ist kein nagelneues, innovatives COD, was wir so noch nie gesehen haben. Das sollte niemand erwarten. Aber es ist ein Call of Duty, was durchaus Möglichkeiten bietet, eine Zeit lang wirklich Spaß zu haben. Und das ist mittlerweile alles, wonach ich persönlich frage. Das Game fühlt sich gut an. Es sieht gut aus. Ich fühle mich wohl auf den alten Karten. Ich habe jetzt so vernommen, es gibt so ein paar Leute, die jetzt irgendwie so Favela und andere Karten kritisieren. Digga, bis vor drei Monaten haben all die OG-YouTuber, egal wie sie heißen, ich will keinen Namen nennen, das in den Himmel gelobt, dass die alten Karten zurückkommen. Jetzt spielen sie einen Tag die alten Karten und sagen, die Karten sind eigentlich voll scheiße. Ganz ehrlich, also man kann sich auch über Unnützes aufregen. Wer sich über Favela aufregt und dann aber sagt, ja, MW2-Karten waren ganz okay, ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen, der muss dann halt MW2 aus 2005 spielen oder so. Insgesamt vernünftige Beta bisher. Das Game sieht nicht schlecht aus. Mein größter Konzern aktuell ist, das sollte jeder bedenken, dieses Game kann ich mir persönlich gut vorstellen, könnte ein vernünftiges Übergangsjahr werden, bis wir alle auf Treyarch-COD warten, das ist ja einfach so. Es könnte aber auch relativ zügig, was Multiplayer-Aspekt angeht, einstauben, einfach weil der Support für den Multiplayer die letzten Jahre bodenlos schlecht war. Warzone bringt einfach mehr Geld, das ist nun mal so, wir nehmen Skin-Käufer-Kiddies. Und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wir wenig Content bekommen. Also wir wissen ab Release 16 MW2-Karten, ist klar, dann ab der ersten Season zwei oder drei neue Karten, plus eben immer zwei oder drei neue Waffen. Das Problem ist, dieses Game bleibt einfach, das sehen wir seit drei Jahren, nicht dadurch interessant, dass wir einfach nur zwei Karten bekommen und zwei Waffen. Die Season beginnt, viele von uns spielen dann relativ viel die ersten zwei Tage und dann ist alles durch. Selbst wenn ich wenig spiele, brauche ich eine Woche für zwei Maps kennenlernen und zwei Waffen fertig machen. Also selbst der schlechteste Spieler braucht nicht länger. Und dann ist so eine Season durch, da hat man so sechs, sieben Wochen manchmal, wo nichts Neues ist. Die Endtarnung, wie auch immer sie aussehen wird, wir können auch keine sehen, wird natürlich die ersten Wochen sehr interessant sein. Und dann, wie bei MW2, man macht die Endtarnung, ist dann durch eigentlich. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie da wieder wenig Support mit reinbringen. Das wird sich aber zeigen. Generell aktuell Kaufempfehlungen von mir, Fragezeichen, gebe ich nicht mehr. Ja, guckt es euch an, guckt euch Videos dazu an, guckt es auf Twitch an. Weil, wenn ich eine Kaufempfehlung gebe und das Game ist bei Release dann doch nachher Darkshit, weil das war in MW2 ja auch, dass die Beta schon besser war als das Full-Game-Release, dann bin ich wieder der Trottel, da habe ich keine Lust drauf. Wenn ihr euch das kaufen wollt, für 79 Euro ist das Trostjam-Bundle verfügbar. Unten Link, MMOGA, da zahlt ihr für eine Playstation-Karte aktuell 66 Euro. Da könnt ihr dann also 75 Euro Guthaben für 66 Euro kaufen. Das lohnt sich. Und sonst, lasst mich eure Meinung wissen, habt ihr Spaß gehabt bisher, ist es gar nichts für euch. Lasst ein Like da und ein Abo.